Hallo, guten Morgen. Ja, es ist wieder Zeit für ein Live-Video. Und zwar ist mir das auch wieder begegnet gestern ganz krass ins Gesicht, dieses Thema Mobbing, Ausgrenzung und nicht dazugehören. Das ist eh im Moment ein ziemlich aktives Thema, weil was wir im Außen gerade sehen dürfen, können, sehen können, genau, wenn wir hinschauen, ist es ein Haufen von Ausgrenzung. Es wird im Moment einfach gerade alles ans Licht getragen. Wir dürfen und können sehen, was in uns als Menschheit an Überzeugungen aktiv ist. Und diese Überzeugungen, in die kann ich reinkaufen, also die kann ich mir kaufen, die kann ich übernehmen. Überzeugungen, die allgemein herrschen. Und es ist so verführerisch, in diese allgemein herrschenden Überzeugungen rein zu investieren und die zu übernehmen, weil ja da scheinbar eine Gemeinschaft entsteht. Und ich kann ja nur Ausgrenzung kreieren, wenn ich glaube, dass es eine Gemeinschaft gibt, die aufs Basis von Werten und Normen entstanden ist, Überzeugungen entstanden ist, die dadurch zusammengehalten wird, die dadurch schützt, die dadurch unterstützt. Und wenn ich in diese Überzeugungen, die scheinbar diese Gemeinschaft zusammenhält, nicht rein investiere, schon bin ich ausgegrenzt. Schon habe ich mich selber ausgegrenzt. Und dafür kriegst du für mich jetzt einen riesen, riesengroßen Applaus. Einen riesengroßen Applaus. Weil jetzt hast du verstanden oder vielleicht hast du es noch nicht verstanden, vielleicht hast du es ja gerade erst mal wahrgenommen, dass es da Unterschiede gibt. Unterschiede zwischen dem, was du glaubst und zwischen dem, was viele glauben. Und jetzt liegt es an dir, wie du das wertest, wie du das bewertest, was es bedeutet, dass du etwas anderes glaubst als viele andere. Und diese diese Überzeugung, ich bin ausgegrenzt, bedeutet in Wahrheit nur, ich grenze mich ab. Ich grenze mich ab. Hallo, ihr Lieben, guten Morgen. Ich grenze mich ab von den Überzeugungen, die scheinbar die Masse trägt. Und so ist es, dass nicht ich ausgegrenzt werde, sondern, dass ich mich klar entschieden habe, mich abzugrenzen. Ich grenze mich ab. Ich verfolge nicht dieselben Werte, ich habe nicht dieselben Überzeugungen. Und jetzt geht es darum, dass du das erkennst, dass wenn du dich ausgegrenzt oder gemobbt fühlst, dass es nicht daran liegt, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht reinpasst, dass du abgelehnt wirst, sondern jetzt geht es für dich darum, herauszufinden, wofür stehst du? Was ist dein Lebenskonzept? Was ist dein Selbstkonzept? Woran glaubst du? Woran glaubst du, wie das Leben funktioniert? Was glaubst du, es zu tun? Was glaubst du, es zu denken, um ein glückliches, erfülltes Leben in Fülle zu führen? Und das ist eben so, so wichtig, dass dir im ersten Schritt das einfach mal klar ist. Nichts und niemand mobbt dich oder grenzt dich aus. Punkt. Sondern es ist eine Entscheidung, die du für dich fällst, für dich und für deinen Seinzustand, wofür du stehst. Zweitens. Und jetzt, drittens, ist so, so wichtig, dass du eben hier nicht den Rückschluss ziehst für dich, dass du falsch bist, dass du verkehrt bist, dass du nicht gut genug bist, dass du Angst um deine finanzielle Versorgung haben musst, sondern, dass du jetzt einen Rückschluss ziehst und sagst, für mich ist etwas anderes wahr. In meiner Welt gibt es erstmal überhaupt kein Mobbing. In meiner Welt gibt es kein Mobbing. Niemand kann mich mobben. und ich mobbe und grenze mich auch nicht selber aus, sondern jetzt bin ich hier und unterstütze mich, unterstütze das, was ich möchte in diesem Leben, unterstütze all meine Wünsche, unterstütze alles. Ich unterstütze mich. Ich bin jetzt hier da, um mich zu unterstützen und zu erkennen, was ich wirklich, wirklich will in diesem Leben. um zu erkennen, dass ich in diesem Leben große Wünsche und Träume habe für mich und dass das gut so ist, weil ich weiß, dass das Göttliche, dass das Universum, dass mein Höheres Selbst mit mir spricht, indem es mir Wünsche zeigt, indem es mir zeigt, was ich gerne hätte. Das sind Messages von Gott, wenn es dir Wünsche aufzeigt, wenn es dir Wünsche gibt, wenn es dir Wünsche ins Herz legt, sind das Nachrichten deines göttlichen Selbst, deines wahren Selbst, das dich immer wieder daran erinnern möchte, was du verdient hast, nämlich alles, dass du alles sein kannst, dass du alles leben kannst, dass du ein Lebenskonzept leben kannst, dass du dir aussuchst. ein ganz eigenes, dein eigenes Lebenskonzept, dass du dir aussuchst, dass du das leben darfst, das sind diese Wünsche. Und wenn du jetzt immer noch glaubst, du bist ausgegrenzt worden oder du bist gemobbt worden und du wirst es vielleicht sogar aktuell, dann ist es der einzige Grund, weil du nicht für dich, für deine Wünsche und dein Lebenskonzept gehst, weil du versuchst, in ein Lebenskonzept, in ein Überzeugungskonzept, in ein gesellschaftliches Konzept dich einzupressen, wo du eigentlich in Wahrheit nicht dazugehörst, weil es eben nicht der göttlichen Wahrheit und dem entspricht, wie wir hier gedacht sind zu leben. Und deswegen, wenn du da nicht reinpasst, wenn du da nicht von ganzem Herzen eine Überzeugung hast, dass du dorthin gehörst, dann gehörst du woanders hin. Und deswegen fühlt sich das an wie Mobbing und wie Ausgrenzung. Aber das ist so ein riesengroßes Geschenk, wenn du gemobbt und ausgegrenzt wirst, weil es dir die Klarheit gibt und sagt, oh mein Gott, ich gehöre da nicht hin. Mein Leben ist anders. Ich glaube andere Dinge, ich habe andere Vorstellungen für mich, wie ich leben möchte, wie ich mit mir leben möchte, wie ich mit anderen zusammen möchte. Und meistens ist es eben so, dass es darum geht, dass du eigentlich nicht bereit bist, all diese Bedingungen zu erfüllen, die du erfüllen musst, um in diese Gemeinschaft zu gehören, die dich scheinbar rausgemobbt hat. Punkt. aber jetzt nehme bitte wirklich den richtigen Rückschluss und verstehe, dass das für dich ist, dass das ein Wink, ein göttlicher Wink, eine göttliche Klarheit ist, dass du eben nicht ein Mensch, der in Bedingungen und in Abhängigkeiten leben möchte, bist, sondern dass du ein Mensch auf einer ganz höheren, höher vibrierenden Stufe bist, auf einer höheren schwingerenden Stufe und jetzt geht es nur noch darum, dass du dir das erlaubst, dass du aufhörst zu sagen, ja, da bin ich rausgeschmissen worden, da war es schlecht, da hat es nicht funktioniert und so weiter und so fort, das war schlecht für mich. Es war deswegen für dich nicht gedacht, weil etwas und es gibt etwas viel Besseres für mich, aber du musst es aus einer höheren Perspektive sehen, nicht, dass es irgendetwas Besseres in dem gleichen System auf die gleiche Art und Weise für dich gibt, sondern es gibt ein besseres Leben für dich, es gibt etwas viel viel Besseres für dich, es gibt was Freieres für dich, es gibt etwas Erfüllenderes für dich, es gibt etwas mit so viel mehr Liebe für dich, nur das jetzt umzusetzen, das ist jetzt deine Aufgabe, es ist deine Aufgabe zu erkennen, wo du dich noch künstlich in Abhängigkeiten, in Verstrickungen hältst, dich künstlich selber noch einsperrst, dich künstlich selber noch klein machst, dich künstlich selber noch runter machst, weil du glaubst, du müsstest irgendwie anders sein, als wie du wirklich bist, aber wenn du jetzt annehmen könntest, dass du, es hört sich so blöd an, aber es ist so, dass du zu etwas anderem zu hören, zu etwas höher schwingendem berufen bist. Das ist keine Berufung, sondern es ist ein Nachhauserufen. Es ist nicht eine Wegberufung, sondern es ist ein Nachhauser berufen, dort hin berufen, wo es sich so anfühlt, wie sich Leben wirklich anfühlen sollte. Und zwar perfekt. und nicht perfektionsmäßig, ich weiß nicht mal, ob es das Wort gibt, aber das Leben soll sich perfekt anfühlen und perfekt fühlt sich harmonisch an. Harmonisch fühlt sich sorgenfrei an, harmonisch fühlt sich geliebt an, harmonisch fühlt sich im Fluss an, harmonisch fühlt sich leicht an und harmonisch fühlt sich angstfrei an. Und das ist dein perfekter, natürlicher, gottgewollter, schöpfergewollter Zustand. Das ist dein wahrer Zustand, dass du dich so fühlst, dass dein so, dein wahres perfektes Sein sollte sich so anfühlen. Und was alles fühlst du stattdessen? Was alles fühlst du stattdessen? Einschränkung, Abhängigkeit, Unterdrückung, Existenzangst, das fühlst du stattdessen. Aber das entspricht eben nicht deinem wahren göttlichen Seinszustand. Und deswegen fühlt sich schlecht an. Es ist eigentlich so einfach zu verstehen. Es fühlt sich schlecht an, weil es verdammt noch mal nicht wahr ist. Und was nicht wahr ist, ist eine Lüge. Und auch wenn hunderttausend Lügen da draußen rumschwirren, heißt es nicht, dass du sie als wahr annehmen musst. Sondern du bist deine eigene Kraft, deine eigene Power, dein eigenes Universum. Und du bist aufgerufen, hier dazustehen und zur Verfügung zu stehen, als König, als Königin, als Gott, als Göttin, als Schöpfer, als nur dein Universum. Und dieses Universum hat zwei Perspektiven. Einmal das, was du kennst, womit wir konditioniert sind, wo wir aufgewachsen sind, wo zur Verfügung steht, all überall. Und die andere Perspektive ist diese Perspektive der göttlichen Perfektion, der liebenden Intelligenz, der intelligenten Liebe, wie du es auch immer nennen magst, der Perspektive, dass es alles nicht materiell ist, dass alles in der nicht materiellen Vorstellungskraft entsteht, bevor es sich materialisiert. Dass du, bevor du hier dich materialisiert hast auf dieser Welt, eine nicht materielle Idee warst, in aller Perfektion, die man noch als Baby in dir gesehen hat, bevor man dir diesen ganzen Eimer der Konditionierungen übergestülpt hat. Und jetzt bist du hier auf Erden, um zu erkennen, dass das passiert ist, zu erkennen, was es für dich bedeutet und zu erkennen, dass du es nicht annehmen musst, dass das nicht bedeutet Leben, dass das nicht Leben bedeutet, sondern das Leben wirklich bedeutet, deine ganze nicht physikalische Kraft zu sammeln und zu eminieren, auszustoßen, sodass Dinge entstehen, die Liebe, Fülle, Perfektion, Fluss, all diese Dinge, die wir uns eigentlich wünschen, dokumentieren. Und das Geile an dieser ganzen Geschichte, wie Mensch wirklich funktioniert hier, ist, dass Mensch nicht abhängig ist, von irgendetwas im Außen, dass eine äußere Situation nicht beeinflussen kann, wie du lebst. Das ist einzig und allein deine innere Situation, dein innerer Zustand, deine inneren Überzeugungen, dein innerer Glaube ist, was dein Leben manifestiert. Du brauchst nichts und niemanden. Du brauchst niemanden zu überzeugen, brauchst niemanden zu überreden, du brauchst nirgendwo dazugehören, du brauchst gar nichts aus diesem scheinbaren Außen, sondern du trittst heraus und fängst neu an, neu. Du brauchst nichts. Du kannst alles neu kreieren, du brauchst nichts von dem, was unangenehm ist, du brauchst nichts von dem, was dich einschränkt, du brauchst nichts von dem, was dich unterdrückt, du brauchst nichts von dem, was dir scheinbar klar macht, dass du irgendwo dazugehören musst. Nichts, nirgends musst du dazugehören, du musst dein eigenes Königreich erschaffen, du musst dein eigenes Leben erschaffen, du musst dein eigenes Selbst erschaffen und du erschaffen, du erschaffst der anderen Menschen, mit denen du dich umgeben willst, du erschaffst deine eigene Gesellschaft, so stark bist du, das kannst du tun, nur musst du es dir erlauben, musst du eintreten in diese Position, du bist ausgerüstet mit allem, du hast alle Diplome, alle Zertifikate, alle Erlaubnis Geber hast du ja schon, du brauchst keinen externen Erlaubnis Geber mehr, jetzt hängt es nur noch an dir, dass du die Argumente hast, um dir die Erlaubnis zu geben, alles komplett anders zu machen, alles so zu machen, wie es deinem wahren Selbst, wie es deinem Herzen entspricht, wie es deinen Wünschen entspricht, das ganze Leben so zu kreieren, von A bis Z, wie es deinen Wünschen entspricht. Und du machst es eh, du kreierst dein ganzes Leben von A bis Z. Du kreierst dir jedes Mobbing, du kreierst dir jede Situation, wo du ausgegrenzt wirst, weil du glaubst, es gibt Ausgrenzung, weil du Ausgrenzung kreierst, weil du glaubst, weil du kreierst, dass Menschen dich ausgrenzen können, weil du diese Vorstellung häckst, dass es nicht gut ist, sein eigenes Ding zu machen, großartig zu sein, sein eigenes Leben zu zeigen und zu kreieren, weil du denkst, es ist großartiger, irgendwo dazuzugehören und anerkannt zu werden und irgendwo passend sich zu machen. Das ist eine der bescheuertsten Vorstellungen, mit denen wir gewaschen worden sind, mit denen wir unterdrückt worden sind, mit denen wir klein gemacht worden sind, mit denen wir beängstigt worden sind, das ist scheiße, das ist Bullshit und ich sage es einfach klar, es ist eine Lüge, eine Lüge, eine Lüge, es ist nicht wahr und wir sind hier aufgerufen, diese ganzen Lügen in Wahrheiten zu transformieren, das ist Heilung, das ist das, wozu wir auf diese Welt gekommen sind, um hier heil zu bringen und es ist kein heilbringend in dem Sinne, in dem wir glauben, irgendwelche Wu, Wu, Gugu und was weiß ich nicht, was Rituale und sonstige Geschichten machen müssen, wir müssen heil denken und dann fühlen wir die Heilung und wenn wir die Heilung fühlen, dann kommt das nächste Gefühl dazu und der nächste Gedanke und so baut sich das auf und vergrößert sich und vergrößert sich aber diesen Samen dieser ist zu setzen und wenn wir weiterhin diese Unkrautsamen hier verteilen und uns dann täglich aufregen dass sich nichts verändert dann müssen wir die Verantwortung übernehmen für das was wir denken und für das was wir glauben wir sind dafür verantwortlich und wenn wir nicht bereit sind endlich mal göttlich zu denken und zu glauben und zwar in Liebe und in Perfektion und das heißt nicht ich muss jeden Shit lieben nein aber das heißt ich muss liebende Gedanken liebende Vorstellungen produzieren weil wo sollen sie denn sonst herkommen wenn ich der Produzent aller Gedanken und Vorstellungen bin wenn ich jetzt nicht hier anfange das zu tun und warte bis irgendjemand anders es tut dann wird es nicht getan weil ich sehe ja nur in meiner Welt ich kreiere ja nur in meiner Welt Menschen die Falsches tun und ich bin die aller Falscheste wenn ich nicht vorangehe und sage so ich weiß jetzt wer ich bin und ich nütze all meine Kraft und all meine Power um hier Liebe Zufriedenheit und Fülle zu kreieren weil das ist das was mich glücklich macht ich will Liebe Zufriedenheit und Fülle in diesem Leben sehen also geht es los bei mir bei mir bei mir nicht irgendwo da draußen nicht bei irgendwelchen anderen Leuten und auch nicht in der Meditation alleine Meditation innere Arbeit das ist wichtig aber ich muss mich in dieser inneren Arbeit darauf vorbereiten diese Person zu sein und zu leben in meinem alltäglichen Leben und das ist das wo die meisten Menschen einfach scheitern weil sie diesen Biss weil sie dieses Durchhaltevermögen nicht an den Tag legen weil sie aus der Meditation ausstehen aus irgendeinem was weiß ich nicht was Yoga und so weiter und so fort und dann fangen sie wieder an irgendwelchen Bullshit zu labern und irgendwie sich über andere zu unterhalten irgendwie sich über die gesellschaftliche Situation zu unterhalten irgendwie sich drüber zu unterhalten wie alles nicht so ist wie man es gerne hätte so viel Yoga so viel Meditation kannst du gar nicht machen dass du dir erlauben kannst so ein Leben zu führen wo du weiterhin kreierst was du nicht haben willst und es geht halt nicht anders und wenn ich immer wieder lese auf Facebook ich bin schon ganz wenig am lesen aber wenn es mir immer wieder begegnet dann kommen mir wieder Ideen für solche Videos wo ich einfach sagen muss Leute ihr seid auf dem Holzweg es gibt niemand anders zu verändern als Nummer 2 tu es auch super wichtig Nummer 3 tu es immer noch so noch viel wichtiger arbeite nur an dir selber rede an dir selber rede mit dir selber und das was sich gut anfühlt was du mit dir selber redest redest du mit anderen und du quatschst mit anderen keinen Blödsinn mehr du beschwerst dich nicht über die Dinge die nicht laufen in deinem Leben jedes Wort kreiert hallo Susi jedes Wort kreiert jede Beschwerde kreiert Beschwerden das geht nicht warum machen es alle weil es alle nicht besser wissen und ich bin hier und spreche mit dir die du es besser weißt ich bin hier und spreche mit dir um dir zu sagen dass es nur um dich geht und dass du die Welt verändern kannst du kannst die Welt verändern und das will ja jeder ganzen Initiativen die ganzen Petitionen und so weiter und so fort gegen das Böse gegen das Böse geht davon aus dass es das Böse gibt und solange ich etwas bekämpfen bekämpfen muss halte ich es am Leben Punkt also was ist die Lösung die Lösung ist ich höre auf zu kämpfen und beginne zu kreieren und zwar mit aller Power die ich habe ja das ist das ist eigentlich der Job es ist nicht dein Job jeden Tag zur Arbeit zu gehen und irgendwas zu erledigen deine Pflichten zu erledigen es ist nicht dein Job deine Pflichten zu erledigen es ist dein Job eine geile Welt zu kreieren weil du bist Schöpfer du bist Schöpferin du bist hier als schöpferisches Instrument der kompletten Schöpfung du bist die komplette Schöpfung also mach doch deinen Job so wie dir es gefällt wie es dich gut anfühlt Schöpfe aus deinem Herzen heraus aus deiner Liebe aus deinen höchsten Vorstellungen aus deinen aller 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 höchsten Vorstellungen aus diesen darfst du heraus leben aus diesen darfst du heraus denken aus diesen darfst du dich heraus fühlen weißt du denn wie du dich fühlst als Schöpfer weißt du denn wie ein Schöpfer denkt weißt du denn du kannst vielleicht so vorstellen wie der ideale König würde denken oder die ideale Königin dann kommst du vielleicht einigermaßen dahin und dann geht es erst los jeden Tag ein bisschen mehr in diese Rolle einzusteigen jeden Tag ein bisschen mehr zu wirken jeden Tag ein bisschen mehr zu bewirken und jeden Tag ein bisschen mehr zu empfangen und ein bisschen mehr zu genießen und ein bisschen mehr anzunehmen von all dem was uns zur Verfügung steht wie wäre denn das und jetzt sind wir angekommen da wo du wirklich bist und haben angefangen bei einer Person die ausgegrenzt oder gemobbt wird sei es von der Familie sei es vom Job oder sei es von irgendwo und sind jetzt hier bei dir als Schöpfer als Schöpferin als großartiges liebendes Wesen wie wäre es wenn du jetzt hier weiterlebst aus diesem Wissen heraus weiterlebst weiter schaffst und weiter erschöpfst ich habe wunderbare Programme du kannst dich bei mir melden ich unterstütze dich gerne auf diesem Weg weil alleine brauchst du sehr sehr viel Zeit und hast ganz schön viel Verluste sonst irgendwo sei es finanziell sei es Zeit sei es emotional weil du halt jedes Mal wenn irgendein Holper Stolper Stein kommt wenn es wieder dich zurück zieht wieder dort vorne anfängst wo wir in diesem Video angefangen haben und eigentlich darf es weitergehen und weitergehen und weitergehen weil du bist Schöpfer also let's do it melde dich bei mir es gibt noch einen VIP Tag den ich noch verkaufe bis morgen morgen 12 Uhr nachts eine Person kann ich noch nehmen sonst ja ich will mir nicht so viel aufhalsen aber ich will auch den Leuten die Gelegenheit geben die tatsächlich sagen ich will da mal ganz tief eintauchen mit dir bevor ich vielleicht eine weitere Reise mit dir antrete ist das deine Gelegenheit melde dich an VIP Tag ich weiß nicht ob ich es wieder mache mal sehen wie es mir bekommt aber ich glaube es bekommt mir großartig aber ich arbeite so nach Inspiration ich arbeite so danach wow worauf habe ich Lust was wäre jetzt toll und dann mache ich das auch und das kann ich dir auch nur empfehlen also ich wünsche dir ein schönes Wochenende und für die die jetzt erst später eingestiegen seid es ist wieder ein göttlich geführtes Video es fängt bei Morbi Ausgrenzung an und bringt dich in dein wahres Sein und es ist doch großartig Tschüss